. Neben mir sitzt mein Bruder Oliver. Der ist kein Hobbypilot, der ist professioneller Pilot, also richtiger Pilot. Du darfst offiziell fliegen. Ich darf offiziell fliegen, ja. Aber heute wollen wir mal gucken, wer fliegt besser? Der virtuelle Pilot oder der echte Pilot? Bzw. wie gut schlägt sich denn der echte Pilot am virtuellen Cockpit? Und wir starten jetzt mit Phase 1. Wir machen mal eine kleine Platzrunde. Jawoll. Aber das ist jetzt so ein bisschen komisch. Wir haben eine schwangere Frau an Bord. Ja, aber das ... Na, gut. Bahn getroffen. So, meine Damen und Herren. Du siehst jetzt oben in dem Bild natürlich, dass du parallel zu der Startbahn fliegst. Der reagiert aber langsam. Ja. So, okay, okay. Nee, jetzt bin ich doch schon ... Was war das? Tja, du warst wahrscheinlich zu schnell. Nächste Runde hier im Spiel. Jetzt machen wir was ganz Feines. Wir machen jetzt einen Parallelflug. Wir fliegen also beide in getrennten Flugzeugen. Schauen wir mal. Wir starten in unserer Heimat Münster, Osnabrück. Und Ziel ist es einmal, in Gürn unsere Heimatstadt zu überfliegen, um dann in Rheine ganz in der Nähe zu landen. Klingt erst mal unspektakulär, wenn man dafür Geld ausgeben muss. Wenn man aber selber fliegt, wird's umso spannender. Oliver, was nehmen wir denn für Flugzeug? Oder für Flugzeug G? Also, ich würde ... eine 172 Skyhawk nehmen, in der Basisinstrumentierung. Also, die linke von beiden, nicht die G1000. Aber ... Skyhawk? Oder willst du was anderes nehmen? Oder ich würde dir die vorschlagen. Was ist mit Pippi-Strecheln? Ja, die heißt so. Ja, ich weiß. Der Humor ist immer noch der beste. Äh, die Pippi-Strecheln kannst du natürlich nehmen. Die ist in derselben Liga. Ist halt auch ne Ultraleichtflugzeug. Welche hattest du noch mal? Cessna 172 ist so der Standard-Schulflugzeug. Also, keine Boeing 747? Nicht unbedingt. Also, für reine Eschendorf denkbar ungeeignet. Okay, also, unter was muss ich denn da gucken? Unter welch Propellerflugzeug? Oder du scrollst einfach nach rechts rüber. Ja, schon, aber ... Also, ich nehm jetzt mal die 172, such mir die mal aus. Ähm, so, ja, Flugzeug ist ausgewählt. Äh, und ab geht die ... Alles eingestellt, Start-Landebahn sind identisch. Du lädst schon ... Ich glaub schon, müssten wir uns jetzt gegenseitig sehen. Oder zumindest der eine den anderen. Ich weiß nicht, ob man ... Ja, das will ich doch hoffen. Man steht ja nicht aufeinander mit dem Flugzeug, hoffe ich. Ich bin mal sehr gespannt. Also, ich würd dir im Zweifelsfall den Vortritt lassen und versuch einfach, hinter dir herzufliegen. Das ist okay. So, wo sind wir denn hier? Bereit zum Fliegen? Ich hab die Gruppe verlassen. Das wollt ich aber nicht. Das ist schlecht. Äh, Chris? So, wir sind im Cockpit. Oliver, bist du bereit? Ich bin bereit. Du musst natürlich noch dein Kopfhörer, sonst kannst du nicht ... Du musst ja die Maschine auch hören. Ach so, das ist richtig. So, läuft denn hier die Kamera? Ja, hier läuft alles. Du bist jetzt vor mir auf der ... auf der ... auf dem Runway. Ja. Und, ähm, ja, ich würd sagen, ich löse jetzt als erstes mal natürlich die Parkbremse. Richtig? Parkbremsen. So. So, der links ist die Parkbremse. Der schmatte Hebel links. Wieder zurücksuchen ein bisschen. Der schmatte Hebel links, Oliver. Der schmatte Hebel links unten zu ziehen. Oh Gott. Du kannst es auch ... Du kannst es auch ... Du fahr es am Bildschirm an. Ja. Es hat kurz geknarzt. Das war dann wahrscheinlich der Sound. Oh, es ist geil. Ich hör das Geräusch des Propellers. Das ist wie eine alte, vertraute Bekannte. Weil ich hab ja Pedale. Ich kann ja vernünftig auf der Bahn rollen. Das ist übrigens ziemlich gut. Ja, das ist schön. Das funktioniert sehr gut. Gibst du schon Gas? Ich geb einfach mal Vollgas, ne? Ja. Dann geb ich jetzt auch Vollgas. Ich seh dich auf jeden Fall. Ganz kleinpixelig. So geil, wenn's aufeinander zurollen. Irgendein tragischer Fehler. Als Pilot ist man ja auch so ein bisschen wie ein Kirmesansager. Ja, ich seh dich. Ich überhol dich gleich. Oh, du hebst ab. Ja. Geil. Das versuch ich jetzt auch mal. Da, 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 da. Huh! Uhuhuhuhu! Yes, Baby! Ich bin jetzt nicht so richtig schnell unterwegs. Nee! Damit du dranbleiben kannst. Guck mal, ob ich dich einholen kann. Ah! Traum. Ganz gediegen fliegen wir ja hier. Jetzt fahr ich mal die Klappen ein. Oh, das mach ich jetzt auch. Das ist, glaub ich, die Taste. Ach, schön. Ich guck aber mal links raus. Links der Hof, rechts der Hof. Da laufen die Schweine, das ist fast ... Oh, ich komm dir, glaub ich, ein bisschen nahe. Ich geb mal ein bisschen Gas raus. Ich bin auch sehr langsam. Ich hab mal ein bisschen Gas gegeben. Ja. Gib mal ein bisschen Gas. Sicher ist sicher. Ich überhol dich nämlich gleich. Ja, ja. Mach hier, was ich kann. Den, 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 den. Ach so, da ist ja unser Ziel. Das haben wir jetzt mal eingeblendet. Ja, das ist das Ziel. Aber wir wollten erst mal nach Münster, äh ... Wir wollten erst mal in Böhren fliegen, in unsere alte Heimat. Ja. Oh! Wenn's viel Strömungsabriss ... Ja, dann Gas geben und Nase runternehmen. Okay? Du bist jetzt viel höher als ich. Ja, ich steig. Ich glaub, ich bin unter dir. Ich bin jetzt in 1000 Fuß. Aber nur sehr ... 1000 Fuß, das kann ich ... Ich muss mir näher an die ... Ich bin sehr kurzsichtig. Ja, das ist doch zu Teutemburger Wald zu fliegen. Ja. Boah, der jammert aber auch. Nee, ich seh langsamer. Siehst du mich? Nee, aber ... Ich bin links unter dir. Ah ja, dann müsstest du mich jetzt überholen. Ja, ich bin links von dir. Ich seh dich. Rechts. Wo fielst du denn? Warte mal, kann ich mir mal umgucken hier? Ah! Da ist du. Oh, da, stopp! Nein, ich wollte nur ... Nicht so steil hochziehen. Nein, nein! Schön durchhalten die Maschine. Okay. Ich flieg jetzt mal ... Ja, ich versuch mal, die Flughöre hier zu halten. Ich bin jetzt sehr langsam unterwegs. Ja, du bist auf 1500 Fuß, ne? Ja, genau. Ach, guck mal, da fahren ja sogar Autos da unten. Hallo! Oh, das erinnert mich an Wings auf dem Amiga. So, da sehen wir den Teutoburger Wald. Also, ich seh nur Felder und ich kann nicht sagen, wem sie gehören. Ja, der Teutoburger Wald ist doch so eine bewaldete Linie. Ja, da hinten, die lange Zunge. Ja. Und ich seh, guck mal, ich seh die Preussack. Das ehemals tiefste Steinkohlebergwerk der Welt. Falls jemand Interesse hat. Ja, ja, sicher. Oh, 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 oh! So, ich bin weiß, was ist ausgegangen. Mein Ding ist aus. Was? Mein Propeller ist aus. Nein. Doch! Dann lande auf dem Acker. Oh, du Scheiße! Dann lande auf dem Acker. Okay, okay. Uh, okay. Uh, 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 uh. Was ist das? Klappen sind gut. Langsam einfach runter sinken lassen. Ein bisschen kurven, dass du nicht in den Wald fliegst. Ja, ja, das ist mir schon. Ach du Scheiße. Okay, okay. Das ist eine Straße. Wieso hab ich denn das Ding aus? Okay, 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 okay. Guck mal, guck. Langsam ziehen, 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 ziehen. Bremsen. Wie, ich bremse ich? Oh! Wuhu! Na ja, gut, dass die Kollisionsanzeige aus ist. Ansonsten ... Ja gut, aber guck mal. Aber wieso ist die Engine aus? Das weiß ich nicht. Vielleicht haben sich zu viele Knöpfe gedrückt. Oh Gott, der Gabel. Wie ist denn hier ein Notstopp? Wo ist denn hier? Parkbremse 14. Brems doch! Hallo? Okay, okay. Oh Gott, gleich werden mich die Locals ... Irgendwann in Amstetten bin ich jetzt hier gelandet. Das kann sein. Da kommen gleich mit einem Heugabel und Fackeln in die Ecke. Ich guck mal, ob ich dich finde gleich. Ich steh hier. Ey, meine Engine ist aus. Ich will doch jetzt einfach nur wieder starten. Chris. Da ist die Berufsschule. Weißt du, was du gemacht hast? Jetzt steh ich hier auf dem Acker und das Ding ist aus. So, das ist die ... Die Breaks sind noch an? Die Breaks sind noch an? Ja, ich seh dich. Du bist ... So, das ist die Weststraße. Oliver, genieß den Dürren von oben, wenn ich auf dem Acker steh und Zwangstanke halte. Ich wollt schon immer mal hier drüberfliegen. Oliver, sag mir mal, wo ist denn der Engine-Start-Button? Dann heb ich noch mal ab. Nimm noch mal Assistenz auf. Ich meine, ihr schneidet ja sowieso, oder? Nimm mal Steuerung Alt-X kurz. Oh, ist das schrecklich. Steuerung Alt-X? Ja, ist der auf. So, ich will einfach ... Oh, jetzt geht's los. Okay. So, wir rollen. Hallo, wieso? Ach, der scheiß Autopilot ist an. Da ist das Goethe-Gymnasium. So, Breaks gelöst. Oliver, ich bin gleich wieder am Start. Oh Gott, wie schaff ich das da über die ... So, da unten. Da ist der Püsselbüderdamm, da ist der ... Ja, warte, ich komme! So, ich heb jetzt ... Oh, ist das geil! Ich seh dich, ich flieg genau auf dich zu. Also, ich rolle auf dich zu, um genau zu sein. Ich muss aber erst genug Tempo haben. Ich kreise hier über unserem Elternhaus quasi. Okay, 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 jetzt ... Geh doch hoch! Nicht Abriss! Ja, boah, die hauen sich ja schon wieder ein zu Recht. Dra, komm! Oh! Okay. Sie sehen den Unterschied zwischen den Berufspiloten. Ey, das ist aber auch ... So, jetzt ganz sanft abheben. Du musst dich behandeln wie ... Ja, geh halt hoch! Boah! Oh, das ist schrecklich! Mit mir will doch keiner fliegen! Sei froh, dass das Schadensmodell ausgeschaut. So, jetzt letzter Versuch. Jetzt sind sie ... Jetzt ist der Motor wieder aus. Boah, der ist aber wirklich wie so eine stressige Geliebte, ist der. Der Motor. Der nüllt die ganze Zeit bei jeder Gelegenheit. Ja, er muss da etwas Ruhe reinbringen. Ja, aber wie soll ich denn Ruhe reinbringen, wenn ich über den Bäumen fliege? Mann! Das ist ja unspielbar, dieses Spiel. Das kann ich nicht bestätigen. Es fliegt ja noch durch einen Weiher! Ich find's relativ realistisch, um ehrlich zu sein. Ja, ich bin im Fluss! Aber Herr Gelb, Sie haben doch kein Wasserflugzeug. Ja, ich bin im Fluss. Ja, ich bin im Fluss. Na toll! Jetzt bin ich vom Bus überfahren worden. Nein! Doch! So. Jetzt fuhre ich's noch mal. Gut, dass wir den Schaden ausgeschaltet haben. Sag mal, wieso dreht das Scheiß-Kack-Ding denn so fort? Ich bin da schnell da. Ich mach hier, guck dir das an! Ach so, das ist ja auch ein Pilot. Entschuldigung. Es wühlt ja schon wieder rum, hier! Du fliegst die ganze Zeit hinterher, du hast viel zu hohen an, du bist so am Boden. Ja, aber ich muss doch irgendwie mal den Arsch hochkriegen. Das geht nicht, das ist genau das Falsche. Was ist das Falsche? Die Nase so hoch zu zünden, wenn du einen Strömungsabriss hast. Du musst den schneller werden lassen am Boden und dann langsam ziehen. Oder so. Du bist da viel zu langsam. Guck mal auf dein Geschwindigkeitsmesser. Wo bin ich zu langsam? Ja, aber wie soll ich denn schneller werden? Ich bin doch schon im Zoll. Du bist hinter der Power-Curve, wie der Fachmann sagt. Du hängst so in der Luft und wirst auch nicht schneller. Du musst einfach so beschleunigen. Ah! Und dann kannst du wieder ziehen. Also eher so ein Flachboy anstatt ... Ja, du musst den Flachboy gehen, sonst kommst du da nie wieder raus. Okay. Jetzt kann ich auch mal ein bisschen Höhe gewinnen, hier oberhalb der Bäume. Jetzt hab ich doch ein ganz gutes Gefühl. Ja, jetzt geht's aber auch richtig aufwärts hier. Was fliegst du denn eigentlich am liebsten? Ich? Ja. Ich flieg alles gern. Also das ist tatsächlich kein Spruch. Ich flieg alles. Ich flieg gern ein Jet. Ich flieg gern Propellermaschine. Ey, jetzt ist ohne meinen Zutun schon wieder alles ausgegangen. Ich hab überhaupt nichts ... Es wurde nicht genüllt, es wurde nicht geklagt. Und jetzt ist auch nur noch ein Wald da. Aber ich glaub, vorhin wär ich ums tatsächlich nicht kaputt gegangen. Guck mal, da fliegt Nico Z93 fliegt an mir vorbei. Mit seinem Jet. Wie der König der Lüfte, wenn ich jetzt hier runter trudel. Ja, du bist der Coolste. Du kannst geil Kurven fliegen und in der Luft bleiben. Wow. So, ich ... guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Und ein bisschen ... Ja, das war gut. Nee. Ja, das hätt ich aber, glaub ich, jetzt hätten wir ... Ja, komm, das wär ... So, ich parke direkt hier vor der Farmer. So. Guten Tag, Herr Farmer, ist Ihre Frau zu Hause? Ich wollte Sie auf einen Rundflug mitnehmen. Ich bin gespannt auf meine Landung, um ehrlich zu sein. Ich auch. Ich bin gerade gelandet direkt im Vorgarten meines künftigen Hauses. Jetzt bin ich etwas zu schnell. Mal gucken, ob man slippen kann. Jetzt bin ich gespannt. Wie fühlt es sich denn jetzt so an? Jetzt fühlt es sich sehr, sehr gut an. Ja? Ja. Jetzt fühlt es sich sehr, sehr gut an. Ja, ich weiß, dass ich zu schnell bin. Aber was wollen Sie dagegen tun? Ja, ich würde natürlich jetzt einfach richtig in Gas raus und in den Sturzflug gehen. Jetzt würde man eigentlich durchstarten. Ich bin schon auf Leerlauf. Mehr Gas kann ich nicht rausnehmen. Mehr Bremsen? Ja, kann ich auch nicht. Also, ich würde hier die Bahn überschießen. Jetzt würdest du sie über ... Ja, ich kann jetzt landen, aber das Problem ist, die Bahn ist zu kurz. Ah, das passt jetzt am besten. Also, ich kann jetzt hier sauber aufsetzen. Ja, 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 ja. Und, 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 und? Anderen Schatten. Du musst durchstarten. Ist zu spät schon zum Durchstarten, oder? Ja. Ja. Du kannst durchstarten. Das Problem ist, jetzt muss ich bremsen. Pedale. Ja, ich hab ja hier Pedale. Ich brems auch die ganze Zeit. Ah! Ah! Ich brems, ich brems, ich brems! Ja, jetzt brems auch ... Ja, jetzt brems auch ... Pfff! Kann ich nicht mehr. Ja, aber ich glaube ... Aber es wäre überlebbar gewesen. Guck dir das an, wie er mich erniedrigt, NicoZ93. Er hat grad einen Tiefflug gemacht. Mit seinem Jet. Also, ich bin ganz entspannt. Es war hier ein ziemlich schönes Flugerlebnis, um ehrlich zu sein. Ja? Ja. Du musst hier noch mal fliegen, an den Kontrolls. Weil du einfach das ruhiger halten kannst. Ich glaube, wir brauchen eine neue Challenge. Ja? Ja, ich versuche eine neue Challenge. Komm. Was ist unsere nächste Challenge? Was haben wir denn hier? Berühmt, episch, starker Wind. Also, für mich klingt episch, ehrlich gesagt ... Also, ich weiß es nicht. Du darfst natürlich ... Jetzt hat er grad gesagt 500. Das heißt, ich bin 500 Fuß hoch. Die Geschwindigkeit ist vielleicht ein bisschen langsam. So, Freunde. Sie wissen ja, die Spannung fliegt mit ... Oh, das ist aber eine ganz schön enge Kiste da unten. Kacki-kack-kack-kack-kack-bärchen! Haha, ein fantastisches Abenteuer. Auch in Folge 2. Doch wie wird es weitergehen? Das erfahrt ihr natürlich nur, wenn ihr dranbleibt. Denn in der nächsten Folge erwarten euch die krassesten Landing-Challenges der Welt. Und da wird sich endgültig zeigen, ob ein Pilot die Nase vorn hat. Wenn ihr in der Zwischenzeit nichts Besseres zu tun habt, empfehle ich euch das Klicken auf die verlinkten Videos. Die sollen sehr gut sein, sagte man mir. Bis dahin, genießt noch ein wenig das laufende Programm, setzt ein Abonnement und raucht, wie ich, diese fantastischen Fake-Zigaretten, die gesundheitlich komplett unbedenklich sind, aber die Männlichkeit pur versprechen. Bis dahin, euer Captain Colin. Bis dahin, euer Captain Colin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.